Und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin fast überrascht, wir haben eigentlich die letzte Zeit immer nur ein Negatives in Krypto gehabt und auf einmal wird Trump angeschossen und schon sind wir irgendwie positiv und alles ist wieder gut. Spaß zur Seite ist natürlich tragisch, was da passiert ist. Trotzdem wird jetzt hier bei Trump ordentlich die Werbedrommel geschwungen. Elon Musk ist auch mittlerweile an Bord und fundet seine Kampagne und viele gehen eben davon aus, dass Trump das wahrscheinlich gewinnen wird. Dementsprechend entwickelt sich auch ein positives Sentiment um Krypto, weil einfach jeder sagt, hey, wenn Trump an der Macht ist, der Typ hat selber mal ein Krypto-Projekt gehabt, das wird dann weitergehen. Dementsprechend haben wir wieder hier gute Inflows gehabt. Wenn wir uns mal die letzten Tage anschauen, heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grüne Tage in Folge und vor allem die letzten drei waren massiv mit 300 Millionen, 300 Millionen und 420 Millionen. Hier ging die letzte Zeit wieder einiges, weshalb dann eben auch diese Kurssprünge wieder zu sehen sind. Bei Ethereum bzw. bei anderen Krypto-Projekten war es in letzter Zeit ja nicht so, wenn Bitcoin gerallied ist, dass die so stark mitgezogen sind. Bei Ethereum bzw. anderen Projekten hängt es wahrscheinlich eher mit dieser News zusammen und zwar, dass hier die SEC jetzt die finalen Schritte eingeleitet hat und dass wahrscheinlich die ETFs wirklich traden werden ab dem 23. Juli. Das heißt, in knapp einer Woche könnten wir schon die ersten Ethereum ETFs sehen, die dann traden. Die Frage ist natürlich, dann werden wie hier, wie bei Bitcoin erstmal sehr, sehr viele Outflows sehen von bestehenden Derivat-ETFs oder werden halt zum Beispiel dann die ganzen ETFs von BlackRock oder auch anderen Fun-Ex zum Beispiel dann diese Sell-Bresher auffangen können und dann geht es nach oben. Ich bin mal sehr gespannt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eben so ein bisschen dieser Pump vor der Party ist und wenn dann die ETFs kommen bzw. der Ethereum ETF kommt, dass das alles wieder ein bisschen nach unten geht. Trotzdem sind das aktuell die News für den aktuellen Markt, warum wir so ein bisschen hochgegangen sind und ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Immer dann, wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer werden bzw. es wird noch schlimmer in Krypto, passiert das Gegenteil und wir sind wieder ein bisschen positiv. Aber das Ganze hat natürlich auch gute Auswirkungen auf die ganzen Airdrops, die wir aktuell fahren, denn diese werden lieber in einem guten Markt launchen und dann eben auch höher bewertet sein, wodurch dann die ganzen Airdrops auch profitabler sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, ich habe jetzt für euch den Cloud-Checker. Das heißt, wir können jetzt checken, wie viel wir hier bekommen werden und ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich sehr enttäuscht sein werde. Wir verbinden uns trotzdem mal mit unserem Soulflare Wallet und scrollen runter und sehen, wir bekommen... Perfekt. Lädt nicht. Wir aktualisieren das Ganze. Das bringt immer am meisten. Verbinden. Naja, in der Zeit, wo das hier lädt oder auch nichts passiert, kann ich euch gerade nicht sagen. Können wir auch nochmal drüber sprechen, was mit dem Airdrop passiert. Ihr werdet, nachdem ihr den Airdrop claimen könnt, 14 Tage Zeit haben. Wenn ihr diese 14 Tage Zeit wartet, werdet ihr eine doppelte Allocation bekommen. Das heißt, das, was hier angezeigt wird, ist eigentlich nur die Hälfte von dem, was ihr bekommt. Wenn ihr 14 Tage wartet, wird diese Zahl Schritt für Schritt höher gehen und nach 14 Tagen bekommt ihr praktisch dann die eigentliche Allocation und das müsste ungefähr das Doppelte sein. Dann gehen wir mal weiter zum Milky Way. Hier können wir uns diese Badges holen. Ich denke mal, das wird im Endeffekt Milky heißen am Ende. Das heißt, als nächstes wird ein L, dann ein K und ein Y kommen. Und dann wird es wahrscheinlich auch hier den Airdrop geben. Ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass ich einfach warten werde, bis Tia, Celestia wieder positiver dasteht. Milky Way ist nicht wirklich angewiesen darauf, dass der Markt irgendwie krass pumpt, sondern eher darauf angewiesen, dass Tia gut pumpt, weil es einfach nur mehr Ecosystem ist. Das heißt, wenn Tia wieder ordentlich anziehen sollte, dann wird es wahrscheinlich auch dann den Milky Way Airdrop geben. Ihr könnt euch aber sicher sein, solange hier nicht Milky steht, wird es den Airdrop wahrscheinlich noch nicht geben. Aber geht hin, claimt den, wenn ihr mehr als zwei Celestia hier gestaked habt, dann solltet ihr es auf jeden Fall claimen. Dann heute, wenn ihr das Video seht, solltet ihr heute am Abend den Season 2 Airdrop von Ithafy claimen können. Das Ganze ging noch nicht. Wir konnten nur die Allocation checken und jetzt könnt ihr die dann heute Abend endlich claimen. Denkt bitte dran, entweder wenn ihr es auf Arbitrum macht, dann braucht ihr eigentlich nicht dran denken, aber wenn ihr es auf Ethereum claimt, dann schaut bitte, dass die Gasfees hier relativ niedrig sind. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Projekt bei Mint. Mint hat so ein neues Interface. Wir können natürlich weiterhin hier hingehen, dann kommen wir auf diese Website und weiter unseren Baum irgendwie gießen. Aber ihr seht schon, ich habe meine ganzen Punkte verloren, weil ich zu lange inaktiv war und habe auch noch keine Ethereum rübergebündscht, um hier diese Green ID zu aktivieren. Ich weiß auch gar nicht, was es genau bringt, aber ihr sollt wissen, dass ihr hier jetzt mehr machen könnt. Ihr könnt euch auch diese Mint ID minten. Wird wahrscheinlich ein großer Faktor für den Airdrop sein. Die Frage ist, wie ist der Return of Investment bei 0,28 Ethereum für diese Mint ID? Wahrscheinlich wird es eine große Allocation geben. Die Frage ist, wollt ihr dann eure 0,28 Ethereum dafür ausgeben? Ich persönlich würde es nicht machen. Trotzdem, wenn ihr irgendwie zu viel Ethereum habt und es einfach mal probieren wollt, ich werde euch da nicht aufhalten können. Und ihr werdet zusätzliche Aufgaben hier unten finden, die ihr dann jetzt machen könnt. Bitch to Mint, Mint Mainet. Create your NFT Collection. Also hier könnt ihr einfach ein paar Tasks machen, um extra Punkte zu farmen für diesen Airdrop. Ansonsten soll es das erste Mal gewesen sein. Wir gehen hier nochmal zurück, aktualisieren das Ganze. Vielleicht können wir jetzt hier unsere Allocation sehen. Anscheinend nicht. Naja, gut. Ich fange euch trotzdem mal in die Beschreibung rein. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Vielleicht müsste ich hier vielleicht einfach nochmal meinen Software von dieser Website disconnecten. Das machen wir nochmal schnell. Verpiss dich. So, jetzt gehen wir nochmal drauf. Gehen auf More Wallets. Probieren einfach mal den Phantom Wallet aus. Verbinden. Vielleicht jetzt dann schneller. Gehen hier nochmal auf Aktualisieren. Ich habe gerade Probleme, das angezeigt zu bekommen. Trotzdem hoffe ich, dass es bei dir funktioniert. Vielleicht funktioniert es bei mir auch in 5 bis 10 Minuten. Dann schneidet es euch nochmal ins Video rein. Ansonsten soll es das auch heute schon gewesen sein für die ganzen Airdrop-Updates. Ich bin sehr, sehr happy, dass wir hier sehr positive Nachrichten haben, was den aktuellen Markt angeht. Ich freue mich immer, wenn ich auf mein Handy schaue. Ich habe nämlich so oben hier eine kleine Anzeige, wo mir eine Anzeige, wo der aktuelle Preis steht. Als ich im Urlaub war, waren 57.000 Dollar bei Bitcoin gestanden. Jetzt wieder 65.000. Ich bin happy. Dementsprechend kann es eigentlich jetzt nur noch besser werden. Oder vielleicht auch schlechter. Sehen wir mal, was die Tage so kommen. Krypto ist eine Wundertüte. Dementsprechend kann man sich da nie sicher sein. Das heißt, macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.